Musik Hast du meinen Stuhl angewärmt? Was stehst du denn hier rum? Hast du meinen Stuhl angewärmt? Ich kann hier nicht... Ich war draußen heute im Wasser, da ist es nicht... Es ist die Bremse am Stuhl. Wir haben noch viel zu tun heute. Setz dich hin, komm her. Soll ich dir mal was sagen? Ach, was sagst du jetzt? Ui! Hast du es gehört? Ist es viel Uhr? Warte, warte, warte. Ich auch, ich mache auch. Wie war denn das jetzt hier? Wie ging das auf? Das geht damit, du musst... Nein, eine Nagelfeile brauchst du dafür. Ich habe es verlernt. Du brauchst eine Nagelfeile. Das machen wir jetzt hier so. Ah! Hallo! Hallo, Bockheide. Ja, hallo, Welt. Es ist Februar. Matze? Und der Nutze. Und es ist Februar. Großte Februar. Der trockene Januar ist vorbei. Wir dürfen wieder. Wir dürfen wieder. Ja, und... Oh, der erste Alkohol seit... Wir sind ja gleich besoffen. Aber wir sind sowieso nicht nüchtern. Ihr müsst ja nicht denken, dass wir uns jetzt hier jeden Tag zusammen... Nein. Trotzdem, Prävention, dürfen wir natürlich sagen. Ja, Alkohol ist ein Zellgift. Also, bitte mäßig, nicht übermäßig. Denn, ähm... Was dann passiert, seht ihr hier. So, noch mal ein bisschen an der Kamera rumgeschoben. Prost. Prost. Also, vertrage ich das jetzt einfach so wieder nach einem Monat ohne? Das weiß ich nicht. Ich probiere es mal aus. Ja, Leute, ich muss heute eben Matze mal ein bisschen Gang machen, weil der möchte mal so viel... Komisch. Der möchte ganz viel quatschen und das geht nicht, weil wir haben nämlich Themen heute. Wusstet ihr schon, und dass ihr heute sehr viel Zeit mitbringen müsst? Wir haben Themen. Das erste Thema. Hurra! Hurra. Es sind Ferien. Hurra. Hurra. Es sind Ferien. Das heißt, für die meisten Kinder hat sich... Hat sich da was geändert? Letzter Woche bis diese Woche nichts geändert und viele haben schon erhofft, dass Fortnite auf dem Zeugnis steht, aber nein. Und da kommt ja noch was dazu und zwar der Matze oder der Bürgermeister haben gemacht, dass draußen alles weiß ist. Also, ich glaube, der Bürgermeister hat viel Geld in die Hand genommen und hat dafür gesorgt, dass alles sauber und ordentlich... Ich habe mein Geld noch. Ich war es nicht. Also, warte, der Bürgermeister hat Geld in die Hand genommen, sodass alles weiß ist und ihr habt es ja gemerkt, richtig 10 Zentimeter, 11, 12 Zentimeter Schnee überall, ganz geil. Ganz, ganz viele Leute draußen. Übrigens für die, die es noch nicht kennen, ja, das Zeug nennt man Schnee. Hat nichts mit dem Zeug zu tun, was in Berlin gehandelt wird, im Gurley. Kotti oder wo, ja. Kotti, Gurley, ist egal. Und, was ganz, ganz wichtig ist, hat Matze mir nämlich vorhin gesagt, der Schnee, der aussieht, als wäre er mit Zitrone versetzt, den soll man nicht essen. Der schmeckt nicht. Es gibt ja immer wieder neue Erdenburger, also auch die neu hinzugekommene, ne, gelber Schnee schmeckt nicht. Und dann übrigens, ja, könnt ihr euch noch dran erinnern? Das hier? Das war im Februar 2018 gewesen, da gab es keinen Schnee, aber abriski. Und heute hast du Schnee ohne Ende und nix geht. Ja. Und dann, Martin? Die Hochschneesituation. Und dann kommt dieses Auto mit diesen kleinen blauen Huckeln obendrauf. Die Hochschneesituation hat dafür gesorgt, dass die Pistenpolizei in Borkheide am Rodelberg vorbeikam. Und die Abriski-Party, die es gar nicht gab, hatte sprengen wollen. Und für Ordnung gesorgt hat. Ja, das soll vorkommen. Na gut, jetzt, damit waren wir, wir müssen uns ein bisschen straffen, Matze. Wir hatten ja noch was gehabt. Ich bin straff genug, hör auf. Wir, wir, sag mal. Ich bin straff genug. Ich bin straff genug. Fällt mir auf, Matze. Wir waren ja, bevor wir, nee, wir machen jetzt erstmal den Gruß der Woche, ne? Gruß der Woche haben wir heute gleich dreimal. Matze, du fängst einfach mal an. Ich fang an. Hallo Mutti, nachträglich alles Gute zum 80. Wollte der Nutze dir auch mal sagen. Ja, übrigens, herzlich willkommen zum 80. Wie hier ist das so trocken? Ach nee, doch nicht. Guck mal, ist gar nicht mehr so trocken. Prost. Auf die... Auf deinen 80. Jetzt waren es 4 mal 20, auf die 5 mal 20. Boah, ich kann gar nicht mehr richtig trinken. Jo, und dann haben wir natürlich hier noch einen Gruß von Jens. Bitteschön. Ja, hallo, hier ist Jens aus Borkheide. Leute, ich grüße alle. Ich hoffe, das Wetter bleibt so schön. Viel Schnee und ja, ich grüße alle in Borkheide, besonders auch meine Eltern und meine Frau. Tschüss. Na, das läuft doch. Ja, super, ne? Ja. Auch von uns natürlich schöne Grüße. Und jetzt kommt noch Holly Molly und die grüßt die Familie Schelk und alle anderen Hunde... Besitzer. Besitzer. Ja, cool, ne? Selbst Holly Molly hatte was zu sagen und Chili freut sich, wenn sie den hier hört. Aber ein bisschen aggressiv, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt ein Sinnfund. So, mein lieber Matze. Der ist auf Kehle dressiert. Und jetzt... Nie Kehle. Kommen wir zur Richtigstellung. Ach, Bescheid. Du hast ja ganz viele Zettel. Das dauert länger. Ich meine, wir haben noch einen langen Film. Ach so, warte, da muss man mal ein bisschen Stichpunkte gucken. Also, es war ja ganz viel früher und wir hatten ja nichts. Wir wohnten ja auf der Seite... Du auch. Früher, wir hatten ja nichts. Und auf der anderen Seite, hinter der Grenze, das war ja nur das Land, wo das ganze Jahr über diese Weihnachtspakete geschickt wurden, die dann als Westpaket zu Weihnachten zu uns rüberkamen. Richtig? Ja, ne? Toilettenpapier haben die geschickt. Von Linsen und Erbsen. Ja, und dann schwappen aber auch manchmal so Sachen rüber, wie zum Beispiel hier Mike Krüger so, ne? Der war bekannt und so andere Comedians, Dieter Haller voren und da gab es auch einen, der hieß Otto. Und Otto, der war auch ein großer Aufklärer. Der hat nämlich den Leuten erklärt, wie es zum Beispiel in Ostfriesland ausgesehen hat. Das kannte man ja auch. Und die hatten auch eine Nationalflagge. Und die hat er auch mal textlich betitelt und das klingt so, wie jetzt hier gerade läuft. Die ostfriesische Nationalflagge. Weißer Adler auf weißem Grund. Und da gibt es auch das Bild, Das hieß der hier. Kannst du mal einblenden. Weißer Adler auf weißem Grund. Es hat sich ja nun bis zu mir durchgesprochen, dass andere Leute auch der Meinung sind, das gibt eine wirkliche ostfriesische Flagge. Und natürlich wissen wir das. Und die sieht so aus wie hier. Schönen Gruß nach Ostfriesland. Die kleine große Richtigstellung. Also ich weiß jetzt nicht, wem ich mehr glauben soll. So eine Fahne, so eine bunte oder Otto. Also wenn Otto im Fernsehen ist, dann sagt er doch die Wahrheit, oder? Ja, eigentlich schon. Der war Lehrer. Ja, das ist doch alles klar. Lügenlehrer? Nein. Niemals. Können die gar nicht. Die wissen nämlich nicht, wie es geht. Also da wir hier keine Namen sagen von Leuten, die das sagen. Also liebe Dagi, alles klar. Schön, dass auch du unsere Sendung guckst. Danke. Schön. Wir lachen auch alle. Wir lachen. So, ich hoffe, ihr habt immer noch genug Sitzefleisch. War ja noch nicht so lang. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar Hotel Fliegerheim mal wieder beim Wickel. Da gab's irgendwie ganz groß was zu feiern. Ja. Und um was es da genau ging? Das können wir gar nicht so viel erklären. Das können wir gar nicht erklären, wie wir das müssten. Und deswegen sind wir einfach mal kurz hingegangen. Natürlich mit großem Abstand. Erst der Matze, dann die Kamera, dann ich hinterher. Ja. Und dann sind wir rein. Und dann sind wir rein. Und dann haben wir das hier für euch aufgenommen. Bitteschön. Ja, Borkheiler News TV. Heute hier mal wieder im Fliegerheim. Wir haben einen Ausflug gemacht. Es sind Bombenwetter draußen, Schnee draußen. Und wir haben hier vor der Kamera den Stefan Rüde-Mözentin, seines Zeichens Mitinhaber vom Hotel Fliegerheim. Habe ich das noch so richtig im Kopf? Ja, so ist es. Ja? Völlig korrekt. Und wir sind hier nicht, weil wir was zu essen holen wollen oder über Nacht. Schade eigentlich. Nein, sondern nur, weil ihr habt eine ganz große Auszeichnung bekommen, in diesem Jahr mit ein bisschen Hintergrund. Und zwar seid ihr Gastgeber des Jahres 2021 im Fleming geworden. Genau. Mit einer Auszeichnung Brandenburger Gastlichkeit. Und dem voraus ging eigentlich schon im letzten Jahr die Urkunde in der Kategorie Restaurant Brandenburger Gastlichkeit im Fleming 2020, 2021. Also der Unterschied zwischen Brandenburger Gastlichkeit im Fleming und Gastgeber des Jahres im Fleming. Kannst du uns sicher mal erklären? Ja, der Unterschied dabei ist einmal die Farbe. Es ist eine blaue Plakette und die, die wir jetzt bekommen haben, ist eine schwarze Plakette. An der Brandenburger Gastlichkeit im Fleming nehmen wir schon viele Jahre dran teil. Ich kann das gar nicht mal aus dem Kopf sagen, wie lange. Aber es sind schon etliche Jahre, an der wir teilnehmen. Und die schwarze Plakette, die wir jetzt bekommen haben, ist eine Auszeichnung für von allen Gewinnern im Fleming, die die blaue Plakette für die Brandenburger Gastlichkeit gewonnen haben, sind wir noch einmal die Besten geworden im Jahr 2021. Das ist also Gastgeber des Jahres im Fleming 2021. Genau. Eine ganz besondere Auszeichnung habt ihr die auch schon mal gehabt? Nein, diese Auszeichnung hatten wir noch nicht. Wir haben immer darum gekämpft und haben uns eigentlich immer sehr bemüht. Aber das ist unsere erste, der Größenordnung dieser Auszeichnung, die wir bekommen haben, ja. Ja, und das hat aber auch jetzt nichts damit zu tun, dass 2020, 2021 durch Lockdown das Hotel hier geschlossen war. Nein, nein, nein. Die Prüfung war ja gewesen im Sommer 2019. Diese anonyme Prüfung, die von der DEHOGA organisiert wird. Da kommen also wirklich richtig anonyme Leute, die also vorher auch gefragt werden, ob ihr diese Objekte kennt, dass man da nicht bekannt ist. Und die sind dann anonym. Und waren ja noch hier bei uns an einem Sonntag, so ein wunderschöner Tag, so wie heute. Und haben uns dann geprüft. Und das dauerte eine ganze Weile. Und als die Gäste dann gingen, wir hatten noch an dem Tag sehr viel zu tun, ich kann mich noch gut daran erinnern. War also ein bombastischer Tag vom Wetter her. Und von allen passt einfach so alles, ja. Und hat auch großen Spaß gemacht, wie immer. Und sie sagten, als sie dann gingen, dann haben sie sich ja outet. Sie müssen sich dann outen. Und dann haben sie aber nicht zu der Prüfung gesagt, also zu der Abnahme, wie man so sagt, sondern sie haben nur gesagt, als sie gingen, sie würden auch privat jederzeit wieder zu uns kommen. Das wäre für uns so ein kleines Zeichen, dass wir vielleicht gar nicht mal so schlecht abgeschnitten haben. Ja. Bei dieser Prüfung, ja. Bei dieser anonymen Prüfung. Da waren wir schon ganz schön froh. Und diese Auszeichnungsveranstaltung fand dann auch statt im Dorinthotel in Potsdam, wo wir praktisch diese blaue Urkunde bekommen haben. Ja. Und dann gibt es noch einmal eine anonyme Prüfung innerhalb der DEHOGA, wo also nur die DEHOGA innerhalb prüft, aus den Internetbeurteilungen, die wir bekommen, aus irgendwelchen anderen anonymen Beurteilungen, die auch die DEHOGA bekommt und so weiter. Und da werden noch einmal die Besten aus der Region von einer Jury ausgewählt. Und von den Besten gibt es dann einen Besten in der Region. Und das waren dann für 2021 sozusagen, waren dann wir. Ja. Und da sind wir auch echt stolz auf und haben uns auch riesige Freude darüber, muss ich schon mal sagen, ja. Ich glaube, können wir auch nur gratulieren. Feiern können wir es noch nicht. Ja, ja, ja. Ich denke mal auch, dass wir da im Namen der Borkheide und Borkheide gratulieren können. Zumindest die, die gerne zu euch kommen. Vielen Dank, ja. Und das Feiern werden wir sicherlich noch mal nachholen. Da sind wir gleich noch mal bei der jetzigen Situation. Wir haben ja immer noch Corona-Lockdown. Ja, ich möchte noch einen Satz dazu sagen, wenn ich dazu Gelegenheit habe. Diese Auszeichnung, die wir bekommen haben, die haben natürlich auch das Haus und meine Mitarbeiter bekommen. Ja. Also nicht nur wir selber als Inhaberfamilie, sondern wir haben auch echt tolle Mitarbeiter, die also über viele Jahre hinweg schon bei uns hier arbeiten und mit denen wir auch ganz toll zusammenarbeiten und wo es auch echt sehr, sehr viel Spaß macht. Und da sind wir auch echt stolz drauf, auf diese Leute, die also mit uns hier viele Jahre hinweg schon mitziehen und an der Gestaltung des Hauses und an allem anderen Dingen mitarbeiten. Das ist also ein großes Dankeschön von uns auch noch mal. Ja, finde ich super, weil die hinter den Kulissen fallen meistens hinten runter. Ja, stimmt. Und die gehören ja mit zum Erfolg. Jo, wie sieht es dann momentan aus bei euch? Ja, im Moment sieht es sehr schlecht aus. Geschäft läuft ganz schlecht, aber so geht es allen Berufskollegen wahrscheinlich in der Stadt vielleicht noch ein bisschen besser als wir hier draußen. Wir haben ja, wir machen ja ein bisschen Geschäft außer Haus. Also wir bieten, wir bieten Essen, was wir frisch kochen, in Vakuumbeuteln an. Das hat im November, Dezember für unser traditionelles Gänse- und Entenessen sehr gut geklappt. Das hat auch gut funktioniert. Die Leute sind nach wie vor von überall gekommen und haben ihren Gänsebraten in der Vor- oder in der Weihnachtszeit auch schon bei uns geholt. Aber jetzt im Januar und im Februar sieht es eigentlich gar nicht so gut aus. Wer noch das Wetter heute anders sagt, aber es ist für uns sehr, sehr schwer, muss ich schon sagen. Es ist echt schwierig. Wir können froh sein, dass wir den Betrieb schon 30 Jahre haben und dass wir das schon 30 Jahre machen und dass wir auch keine Mietkosten oder Pachtkosten oder Ähnliches irgendwas haben. Aber ansonsten ist es echt schwer. Echt. Ja, muss man schon sagen. Ja, ich glaube, viel helfen können wir da eigentlich auch nicht, außer auf zu fordern. Leute, wenn ihr möchtet, geht, holt euch das Essen beziehungsweise, dass dieser Lockdown nicht mehr allzu lange geht und dann das Leben vielleicht wieder halbwegs normal funktionieren kann. Aber das ist großes Wunschdenken, so wie es momentan aussieht. Und ja, das liegt nicht in eurer und auch nicht in unserer. Aber wir sind trotzdem dankbar. Es gibt ganz viele Unterstützer auch für unser Haus, die also noch Essen holen und sich bemühen, auch uns zu helfen. Da sind wir auch sehr dankbar. Auch unser Sportverein hat sich da sehr prädestiniert, also ganz toll verhalten, muss ich sagen. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Und viele andere Borkheider und Borkheiderinnen und auch aus der Umgebung, die also uns auch die Daumen drücken und die mit uns bangen, dass es eben irgendwann wieder mal losgeht. Also es betrifft ja sicherlich hauptsächlich die Gastronomie und Hotellerie, also mein Zweig. Aber es gibt ja auch, weiß ich nicht, Friseure und alle möglichen, die eben auch echt darunter zu leiden haben. Was auch sehr, sehr schwierig ist für diese Freunde und Kollegen. Ja, okay. Vielen Dank für das Interview. Nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch für den Erfolg, der ja meiner kompletten Mannschaft ja zuzuschreiben ist. Und ich hoffe, wir drücken mal die Daumen, dass es bald, bald hoffentlich wieder nochmal weitergeht. Ja, wir danken auch. Und schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Jederzeit herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Kann man nur gratulieren. Ja, und dass auch bald hoffentlich hier alles wieder geregelte Bahn findet und auf hat. Genau. So, und jetzt machen wir mal kein Wetter-Jingle heute, Matze, oder so. Ja, heute kommt das Wetter und deren Auswüchse. Das Wetter wird präsentiert von Borkai, die News TV. Cool. Ja. Sag mal, wie sieht es aus? Gibt es mehr Schnee oder wie? Ähm, ich habe letzte Woche aus Versehen gesagt, dass es Richtung Wochenende regnen wird. Ich habe die Temperaturen ein bisschen falsch interpretiert. Also es wurde, ein Niederschlag kam dann doch runter und den sieht man heute noch. Und, ähm, wir kriegen eine kurze Wärmespitze zum Mittwoch. Also es wird tauen, nass und gleich wieder nachts anfrieren. Also vermutlich eine ganz miese wettertechnische Wetterlage. Ja, ganz kurz auf, ich schätze mal, sechs Grad hoch am Mittwoch und dann geht es Richtung Wochenende wieder nach unten, sodass auch Nachtfrost sich wieder einstecken kann. Die höchsten Niederschläge sind im Bereich Dienstag bis Donnerstag zu erwarten. Nochmal richtig Schnee? 30 Zentimeter? Wenn dieser Taupunkt nur kurz ist, dann bleibt ja der Schnee noch nie. Ich war tatsächlich mittlerweile Skifahren gewesen. Ich war zwei Tage hintereinander Skifahren. Mir ist heute auch jemand entgegengekommen. Ich war es. Nein, das warst du nicht. Heute ist, dann gibt es schon zwei, die hier Skifahren. Ich war, naja, ich habe gestern den Hartmut Streich gesehen, der war auch Skifahren, Sonntag. Wir haben ihn mit Skiern weglaufen sehen. Ja, er ist weggelaufen. Und dann haben wir ihn nie wieder gesehen gestern. Ja, aber die hat er auf die Schultern gehabt. Ja, wie wir letztens da, vor zwei Jahren. Aber ich war wirklich, auch Skilaufen war schön gewesen, hat Spaß gemacht. Ist mal so die Alternative zum Joggen, weil da ist es doch ein bisschen gefährlich unterwegs heute, wenn es glatt ist oder so. Fällt man so schnell auf die Nase und dann blutet die und dann sieht man so voll Aua aus und so. Ja, so, hat Matze jetzt das Wetter gesagt. Es sieht nach nichts aus. Und dann haben wir... Wenig Sonne, wenig Sonne. Wir haben Post gekriegt von Burghaidern, Burgwaldern. Ja. Ganz harte Hunde. Und mal ganz kurz, Leute. Nochmal kurz. Ach ja, Mensch. Das übrigens ist Querformat. Schickt uns Videos so, nicht so. Das ist Hochformat. Ja. Video, Querformat. Weil Monitor lässt sich schwer drehen. Das tut sie, das baut den ganzen Tag den Monitor um, dann dreht er danach das Video um und den Monitor wieder zurück. Ja. Also da fliegt er immer aus hier und ich muss es ausbaden. Ich habe hier so drei Monitore stehen. Die stehen hier so quer vor mir. Und da machten sich so eine Hochformat-Videos ganz, ganz, ganz schlecht. Und dann kriegt Matze das wieder auf den Kopf. Hast du eigentlich noch Blut? Nee, das war jetzt schon. Weil er mich nervt. Der nervt mich hier immer. Ja. Natürlich. Wer sonst? Sei froh. Jetzt aber zu den harten Jungs hier. Bitteschön. So, einmal da bitte. Da haben wir Licht. Ey, du musst deine Beine aufbauen. Die Füße hoch, du. Aber, sieht aus wie ein Engel, ne? Ja. Ja, kann man nicht sagen. Der Schnee führt auch zu anderen Kapriolen, Wetterkapriolen. Ich brauche ja im Sommer schon 33 Grad und 25 Wassertemperatur, dass es mich mal ins Schwimmbad, ins Wasser treibt. Das hier wäre nicht so meine favorisierte Badestelle. Ich gehe aber richtig ins Wasser. Ich gehe nicht nur in den Schnee, ich steige gleich ins Wasser hier draußen. Naja, und denk Zeit über Nacht, warum du immer hier so gestresst rumsitzt. Das hat damit nichts zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass du mal mit Ideen kommst, die du vorher mit mir nicht besprichst. Na, ruf mich doch einfach an. Ja, ich habe keine Zeit, um es zu arbeiten. Ich habe Urlaub. Das hast du mir nicht gesagt. Hast du auch nicht gefragt. So sind wir. Jo. Außerdem sitze ich immer zu Hause. Das war es für heute wieder. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Wir haben jetzt zehn Minuten rum, oder? Äh, zwölf. Wie immer hier vor der Kamera. Das Schwarzbier. Das Schwarzbier. Und der Prosecco. Lutz. Prost. Wir wünschen euch. Schöne Ferienwoche. Schöne Ferienwoche. Bleibt gesund und brecht euch nicht die Hacken. Und tschüss. Trinkt nicht so viel. Nicht? Mhm. Okay. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018